Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es neue SPC-Con, es ist Donnerstag, es ist kurz nach 19 Uhr, natürlich haben wir heute wieder die Top-Party der SPC am Start, aber auch eine dynamische Duo SPC, wir haben neue Meilensteine, wir gehen rein in die Ziele und wir haben natürlich heute auch eine neue Season 2 bekommen. Dazu ist heute schon Mittag und zwar ein separates Bonus-Video dazu online gekommen, aber wir haben aktuell brandneu eine neue Push-Nachricht von EA, die wir jetzt gleich erstmal gemeinsam durchlesen, in den SPC-Con und reingehen, also let's go und rein da. Bevor wir rein starten, wie immer die kurze Rede an euch, ihr könnt es sehr sehr gerne supporten einmal, wenn ihr im Feierzeit-Tech für euch am Start seid, nehmt euch gerne kurze 1 Sekunden Zeit, Daumen nach oben da lassen, wäre extrem nice, Dankeschön dafür, eure Support Freunde, 500 Likes noch heute wieder das Like-Ziel, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne kostenlos einmal ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, viele von euch haben es noch nicht getan, also sehr sehr gerne nachholen. Auf dem Weg kriegst du 60.000 Abonnenten und wie immer eure Meinung zum heutigen EA-FC-Content, rein runter in die Kommentare. Ja, außerdem geht es natürlich morgen los mit Centurals-Team Nummer 2, wir gehen rein in die Leaks, wir haben einen neuen Lonex-Win am Start und dazu gleich mehr. Fangen wir aber erstmal mit der, ja, im Endeffekt Push-Nachricht von EA, denn da schreiben sie Season 2 Teil 1 Dreiecke, so heißt diese neue Season, die ist ja jetzt am Start, willkommen eben bei dieser neuen Season. Und Season 2 beginnt mit Teil 1 Dreiecke, diese dreiwöchige Season bietet ein aktualisiertes, äh, 20 Level, okay, Season-Leiter-Erlebnis mit Stadion-Items, Spieler-Items und Pack-Bohnen. Wie gesagt, das gucken wir uns alles in Detail an. In Season 2 heißt es hier, äh, Dreiecke gibt es drei Ultimate Team, äh, Kampagnen und in ausgewählten Kampagnen-Releases sowie Tages- und Wochen-Zielen werden EP bereitgestellt. Okay, klar, wir bekommen natürlich dadurch neue Erfahrungspunkte, das wissen wir, dass wir dadurch quasi Kraft und Grinden können. Und dann heißt es hier, die erste Team-of-the-Week-Aktualisierung von FC24 wird im Laufe der Saison ebenfalls enthalten sein. Die erste Team-of-the-Week-Aktualisierung, was meinen Sie damit jetzt konkret in der Übersetzung? Würde mir ja interessieren, ich weiß jetzt nicht gerade, ich stehe auf dem Schlauch, was Sie damit meinen, lasst mich gerne wissen, falls ihr da eine Ahnung von habt. Und dann haben wir, starte in die neue Season und schließe Aufgaben ab, um EP zu erhalten. Und er klimme eben die Leiter der Bohnen. Ja, klar, wir müssen uns natürlich Erfahrungspunkte einsammeln, Freunde. Im Detail jedes Video zur neuen Season 2 habe ich heute wieder online gestellt, packt euch die Nachricht in die Endcard. Jetzt aber der Content erstmal vom heutigen Tag. Und da starten wir immer natürlich erstmal mit den SBCs. Da haben wir am Start und zwar die Top-Badden-SBC. Die natürlich immer auf jeden Fall zu machen. Die Frage, die sich jede Woche Donnerstag stellt, ist nur, geht man jetzt eben noch rein zu Saturnus Team Nummer 1 oder wartet man, ich gehe nachher mal auf ein paar Leaks auf jeden Fall ein, eben jetzt auf Saturnus Team Nummer 2. Was wir uns ja die letzten Tage auch schon angeschaut haben, was sehr, 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 sehr nice aussieht. Auch einige geile Karten auf jeden Fall mit dabei hat. Und insofern die Frage, die sich stellt, jetzt eben noch die Packs öffnen oder eben erst morgen nach 19 Uhr. Ich gehöre auf jeden Fall zur zweiten Gruppe. Lasst mich einmal wissen, wann ihr, wie ihr das macht, dann, wir haben auf jeden Fall den Gruppe Rewarden, seltenes Elektro-Profi-Pack am Start. Weitere vier Trailer-Packs haben wir dann hier. Ein Elektro-Profi-Pack in klein, ein Gold-Profi-Pack in klein, ein Prä-Jungs-Profi-Pack und ein Prä-Jungs-Profi-Pack. Dafür müssen wir dann einmal hier Tottenham gegen Chelsea, ein 75er-Guardian-Squad abgeben, easy. Dann haben wir Borussia Dortmund-Bayern, natürlich die Partie darf nicht fehlen. Mindestens Silber ist hier die Voraussetzung. Dann haben wir am Start mit Silber auch bei Florenz gegen Juve und Nord gegen Stadren haben wir dann hier jeweils zu der Voraussetzung mindestens Borussia-Spieler, die wir abgeben müssen. Also Rating-mäßig wie immer sehr, sehr dünn, sehr, sehr easy und insofern auf jeden Fall sehr, sehr einfach, diese fünf Tradable-Packs auf jeden Fall mitzunehmen. Wir werden, wie gesagt, morgen im XXL-Pack-Opening natürlich dann jede Woche Freitag gemeinsam reingehen. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, ich kann aber kurz rausgehen. Wir haben jetzt schon 16 Packs auf jeden Fall tatsächlich ready für morgen, freue ich mich eher sehr drauf. Einige gute Packs mit dabei und dann haben wir als zweite SPC, wenn wir denn so wollen, heute die dynamische Duo SPC. Draußen Primo-Gold-Pack gibt es da als Gruppen-Reward und es handelt sich um zwei Bundesligaspieler, wo heute, wenn ich es richtig gesehen habe, der Trainer quasi hingeschmissen hat. Brust-Wendson, Brust-Wendson hat hingeschmissen und zwar geht es um die dynamische Duo-Geschichte. Österreich von Ono Sivo und Meve, äh, Vene? Ja, wie wird er ausgesprochen? Vene? Wird er ausgesprochen? Eventuell, die Meils-Fan werden es mir auf jeden Fall sagen in den Kommentaren. Auf jeden Fall die beiden eben gleiche Nation, gleiche Liga, gleicher Verein. Also der Perfect League ist hier am Start und es geht eben um den Rechtsverteidiger und den Stürmer. Und da haben wir den 83er-Graden-Squad, den wir abgehen müssen. Achtung, kein Team-of-the-Week. 84er-Graden-Graden-Höher müssen aber mindestens zwei Spieler dabei sein. Genauso auf der rechten Seite wie auf der linken Seite. Ich sag's euch ehrlich, Freunde, ich bin mal froh, eine SPC zu sehen, wo kein Team-of-the-Week gefordert ist. Also insofern finde ich es aktuell sehr legitim an, äh, legitim auf jeden Fall. Wir gucken uns das Upgrade natürlich gleich on-detail-be-Football an. Das haben wir auf jeden Fall schon mal im Hintergrund eine neue dynamische Duo-Geschichte hier heute am Start. Und, äh, das werden wir natürlich gleich etwas konkretisieren. Ja, dann gehen wir als nächsten Step rein in die Ziele, wo ja auch eben dynamische Duos, aber auch Story-Karten eben natürlich thematisch eben hier in Season 2 natürlich auch wieder quasi Thema sind. Ähm, dazu wie gesagt alles im heutigen Mittag-Video schon zugesagt on-detail. Dann gehen wir hier mal durch, Live-Segment, nichts Neues, Seasonal. Haben wir hier was Neues am Start, wirklich das Gameplay. Ja gut, hier sind halt die ganzen EP, die wir uns dann holen können. Und in den Meilensteinen, was haben wir hier? Die Jahrhundert-Tore, Jahrhundert der Tore. Ah, hatten wir das nicht? Let's-Fühverteile auch bei der Centurals-Geschichte? Ach, okay. Wir haben also die Centurals sind da, heißt es da. Und es scheint wirklich neu zu sein. Ja, wenn ich so aufliste, müsste Crafting Centurals, ja, müsste neu sein. Die Centurals sind da, erziele 100 Tore, heißt es da. Ja, um diese Aufgabe zu meistern und erlebe ein Jahrhundert der Tore, alle Bunnies in der Trailer. Was ist der Krumm-Reward? Ein 83x3er-Pack, sehr nice. Okay. Wait, das sind jetzt einfach 100 Tore, ist die Voraussetzung? Oh, Freunde. Ich glaube, das mache ich bis morgen ready. Das mache ich, glaube ich, bis morgen ganz entspannt in Squad-Battles ready. Und theoretisch, das ist für jeden. Für jeden, weil ihr könnt theoretisch auch auf Amateur reingehen in den Squad-Battles. Auf ganz easy. Ich werde auf Halb-Profi gehen, um noch andere Aufgaben quasi parallel fertig zu machen. Ob es hier die Team-Gutlagen MLS ist, ob es ein paar Sachen mit EP sind, in Seasonal oder Live. Also da geht meine Empfehlung schon mal raus. Und Achtung, 112 Tage da, Freunde. 112 Tage, 23 Stunden, also 113 Tage ist diese Aufgabe da. Wie geil ist das denn? Premium-Gold-Pack, Jumbo-Premium-Gold-Pack. Dann haben wir, ja mega, ein 82x2er-Pack, ein 83x2er-Pack. Und was war 100? Ein 84, 100, dann nur ein 84-Plus-Pack. Gut, am Ende des Tages sind es Packs for free. Und wenn ihr irgendwie das nicht separat grinden wollt, dann macht ihr es halt parallel, ohne irgendwie großartig drauf zu achten. Also 100 Tore werdet ihr auf jeden Fall schießen, bei dem aktuellen Gameplay, wie es ist. Ähm, und, äh, ja, easy. In 112 Tagen auf jeden Fall für jeden, jeden zu machen. Also die Packs sind auf jeden Fall für jeden zu holen. Serturians Jahrhundert der Tore in dem Meilenstein. Schon mal eine richtig geile Geschichte, wie ich finde. Ja, das sind im Endeffekt, man muss es so knallhart sagen, das sind Free Packs. Das sind Free Packs, muss man einfach sagen. Ja, jeder absolut im Gönnermodus. Sehr, sehr nice Geschichte. Und ich gucke jetzt nochmal nach, aber das wäre auch komisch, wenn es so wäre. Ich stelle mir vor, da wären jetzt noch EP dabei. Ja, das wäre nochmal ein anderes Level, aber da sind wir natürlich nicht mit dabei. Aber fetter Daumen geht da auf jeden Fall schon mal hoch. Quasi Free Packs für alle. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Also, 16 Packs sind schon am Start, Freunde. Wir gehen rein wieder kurz in die Pro Packs. Gibt es da was Neues? Wenn ja, interessiert uns eh nicht. Und dann haben wir klassische Packs. Jetzt 10 Minuten haben wir es noch. Dann gehen wir gleich in das Preview Pack rein. Vorschau Pack von mir. Und vorab machen wir einmal den Blick und gucken zu Footbin und Co. Vorweg will ich euch kurz, bevor wir weitermachen, gleich mit dem SBC Content. Wir gehen schon mal drauf auf den... Okay, hallo. Geht gerade nicht. Wir werden kurz einfach mal rüberspringen und zwar zum Lowering Screen. Das ist der neue Lowering Screen. Ich würde jetzt mal zu 99,9% sagen, das in der Mitte wird definitiv ein Euse sein. Eusebio links von, ja, vom Blick her. Also, sorry, Freunde. Viele haben gesagt, das ist groß, aber, gerade mit Twitch-Live-Chat schon, ich kann da nur einen Kevin De Bruyne sehen. Und auf der rechten Seite, vom Jubel her, keine Ahnung, wer könnte das sein von der Frise her? Also, falls ihr da einen Ahnung habt, wer das sein könnte. Ich meine, wir sind in den letzten Tagen ja die Links durchgegangen. Müsste eigentlich klar sein, wer das ist. Aber jetzt gerade auf Anhieb, keine Ahnung. Vielleicht ist einer von den Leuten, die ich euch jetzt zeige. Und zwar ist am Start ein Korea. Tatsächlich, der wird kommen als Centurions-Karte. Weiter mit dabei ist ein Ickiesa. Der wird auch kommen als Centurions-Karte. Und jetzt auch demnächst als SPC eine Pavlidis-Po-TM-Redevise-Squad-Bally-Challenge. Die wird auch kommen mit dabei. Also, die drei auf jeden Fall frisch und neu geleakt. Genau. Und das auf jeden Fall neu zum Loading-Screen. Dann schauen wir uns mal on-Detail an. Wir haben es anscheinend noch nicht am Start. Ich weiß es nicht. Es lädt immer noch nicht, Friends. Dann gehen wir kurz zu Futschi. So, Freunde. Also, die Website schon da zu sein. Keine Ahnung, was da los ist. Wahrscheinlich gucken sie sich jetzt gerade erst alle Season-Rewards sich an. Also, SPCs haben wir hier am Start. Marking Matchup, dynamischen Tour-Geschichte. Preis tatsächlich. Oh, hätte ich gedacht. Hätte ich irgendwie teurer trotzdem geschätzt. Aber, das ist gut to know. Ihr seht es gerade wegen meiner Facecam nicht. Aber es sind 28.400 Stand jetzt. Kurz nach 19 Uhr. So sagen wir mal 30k für beide. Also pro Karte 15.000 Coins. Bin ich gleich sehr gespannt auf das Upgrade. Marking Matchups, wie gesagt, sowieso immer ein Muss. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich habe es eben vielleicht nicht gesagt, die SPC von der dynamischen Tour-SPC, die läuft natürlich auch auf ganz entspannten 29 Tage. Also, das würde ich sagen, jetzt je nachdem, wie das Upgrade gleich aussieht, ist es auf jeden Fall dann, gerade für die Bundesliga-Leute, da gucken ja viele hier auf jeden Fall zu, würde ich sagen, ist auf jeden Fall dann ein Muss, einfach reinzugehen, die mitzunehmen. Wie gesagt, der Perfect Link ist da direkt am Start. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir hier, da haben wir sie beiden. Perfekt, okay. Und wir können es sogar öffnen. Besser geht es doch nicht. Also hier, guck mal, das war schon nice. Da brauchen wir gar nicht gucken. Das ist natürlich ein Riesen-Boost von der Silberkarte aus. 79, Pace hatte er vorher am Start, 86 und 81, Agility, also die ist schon gut am Start. Mal gucken, ob das jetzt auch so geblieben ist. Ja, sehr gut. Agility auf 88, wie können wir die hier gar nicht so gut vergleichen. Drei Sterne, vier Sterne für die Rechtsverteidigerkarte. Ich meine, sie kann auch links spielen, das ist schon mal sehr, sehr nice. Sie bringt Pace auf jeden Fall mit, 99 Antritt, 87er Sprintgeschwindigkeit. Und guck mal, hier ist dann auch die einzelne SPC. Es sind 13k, die wir ausgeben müssen. Stamina ist bei 90. Also Freunde, jetzt ernsthaft, ne? Da, jetzt guck mal, ja, Chemistice-Stam-mäßig beispielsweise ein Encore drauf. Warum nicht? Ja, Shadow, wenn ihr All-In gehen wollt mit Pace und dann die Füße ein bisschen vernachlässigen wollt. Also spricht jetzt für mich preis-leistungsmäßig erstmal jetzt grundsätzlich nichts dagegen. Warum? Was sollen wir dagegen haben? Und dann haben wir, ja, nicht ganz das gleiche, es ist gerade noch Goldspieler, 76er-Rating. Aber natürlich bei weitem auch noch nicht so gut. Plus C-Pace sehen wir da schon drauf, 78, jetzt 88. Und dann gucken wir mal drauf, was die 84er-Grade-Karte drauf hat. Okay, Agility of Bell ist nicht so gut, aber es liegt natürlich auch seit der Körpergröße fast. 1,90, 1,88, so groß. Wir gucken gerade mal bei Mwene, wie groß ist er? 1,72. Ja gut, IV kannst du in die Spielen. Gut, Rage-Stat ist auch sehr low. Also das ist definitiv ein Außenverteidiger, wie man ihn haben will. Und noch Civo 1,88 wird definitiv, ja, Heading Accuracy bei 90 auch über den Kopf kommen. 96 Jumping hilft dabei für sehr gute Physis. 85er-Composition ist auch noch in Ordnung für die 84er-Rate-Karte. Sonst der Rest auch gut. Wie gesagt, Ingenuity und Balance müssen wir gucken, ob wir damit klarkommen. Aber für den Preis, meiner Meinung nach, auf jeden Fall überhaupt nicht schlimm. Tempo ist in Ordnung. Oh, guck mal hier der Schuss. 86er-Schuss, aber dafür 93 Positioning, 90 Finishing und 94 Schuss-Power. Ich sage euch immer, Freunde, die ersten drei Schuss-Stats, die sind so immens wichtig. Und die hat er einfach alle über 90. Das ist Wahnsinn. Also wenn man auf der Karte sieht, er hat 86er-Schuss, du rechnest da nicht damit, dass er 93 Positioning hat, dass er 90er-Finishing hat und dass er 94er-Schuss-Power hat. Richtig heiße Geschichte. Und wir sehen auch schon hier bei der Base-Karte natürlich nur der Browser hier quasi. Also wir haben hier auch, was die Eigenschaften angeht natürlich, haben wir hier auf jeden Fall den Chipshot mit dabei, Power-Schuss ist dabei, Power-Header ist auch noch mit dabei. Also drei weitere Eigenschaften, wenn wir denn so wollen, Play-Styles sozusagen. Und da gucken wir auch gerade bei Vene, da haben wir Antizipieren und Relentless. Und vorher hatte er nur Antizipieren, also da ist Relentless quasi, dann dazugekommen. Also sage ich euch ganz ehrlich, beide sehr, sehr nice. Beide sehr, sehr nice. Und dafür würde ich definitiv mein Geld investieren oder die Coins investieren. Es sind 83er-Graded-to-Squads, die sind schnell gemacht, in 29 Tagen. Also da spricht nichts gegen. Vielleicht ein Dead-Eye drauf, wenn ihr natürlich All-In mit dem Tempo gehen wollt. Boah, das, Alter, Moment, Moment. Habe ich hier auch irgendwie eine Übersicht, wie er dann aussieht? Das ist schon krass, Freunde. Und hier sehen wir auch nochmal perfekt auf der Website die Top-Capacity-Links. Also wir haben natürlich Leimer dabei, auch gleiche Nation, ja. Gut, Bundesliga natürlich allgemein. Aber theoretisch so eine Leimer-Karte, wenn ihr die auch noch habt. Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Also schlecht wäre es nicht. Lass uns mal schon davon generell mal anschauen. Gut, Alaba wird auch früher oder später noch eine weitere Special-Karte kriegen. Also die Leute aus Österreich, die werden sich hier auf jeden Fall freuen. Und die gehen natürlich definitiv rein in diese SBC. Ich glaube, bei Mainz ist generell noch tote Hose. Das stimmt natürlich. Also, ja, wie gesagt, gefällt mir extrem gut. Diese beiden Karten, die SBC im Allgemeinen. Dann haben wir die Top-Partie in der SBC draußen. Meiner Meinung nach absolut null zu meckern. Das heißt, wir halten also fest, wir haben einmal die neue Season quasi heute als Hauptthema neu draußen. Ich würde grundsätzlich sagen, wir gehen schon mal rein in die Konsole, gleich das Preview-Pack öffnen. Wir haben keine neue Evolution zwar, aber habe ich jetzt auch heute um ehrlich zu sein nicht erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass es dann nächste Woche zu Saturis Team 2 nochmal ordentlich losgeht. Ja, Season 2, wie gesagt, heute noch rausgekommen. Wir halten fest, auf jeden Fall mag ich Matchups, die Packs mitnehmen. Und die dynamische Duo-SBC braucht ihr jetzt auch nicht direkt auf Kampf machen. Ihr könnt beispielsweise, so wie ich, jetzt auch erstmal die Packs ready machen. Und dann morgen, wenn ihr nach 19 Uhr zum Beispiel die Packs öffnet, dann mit dem Futter, was ihr dann ansammelt wahrscheinlich, könnt ihr beispielsweise, wenn ihr keine andere SBC habt, dann die dynamische Duo-SBC, die heute neu gekommen ist, beispielsweise. Also, da habt ihr mehr als genug Zeit, 30 Tage, Freunde, um diese dynamische Duo-SBC zu machen. Sehr, sehr nice Geschichte. Meiner Seite aus gibt es da auf jeden Fall nichts zu meckern. Das Preview-Pack braucht auch noch ein bisschen, Freunde. Insofern wünsche ich euch jetzt hier viel Spaß bei Season 2 Video von heute Mittag, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und sonst sehen wir uns natürlich gerne morgen wieder zum XSL-Video zu Saturis Team Nummer 2. Also, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Und jetzt bitte.